ich habe ein neues kit leute ach so habe ich einmal dazu gemacht ihr kennt die ganzen hasen ich muss nicht erklären warum das legend ist obwohl ich mit sieben spiele ach so ich habe ein neues kit jetzt genommen das teuerste ganze spiel tausend punkte da ist gerade mal direkt mit sieben dias das ist voll nice dachte ich auch dass ich das im internehm aber ich nehme lieber heavy eigentlich ja das ding ist ich muss der holz oder marschen direkt bei den erstmal dia später das sind voll chillig was ja ja dann nehme ich haben wir sechs das ist ein super titel da hey nice okay lässig mehr kills für uns ich mache dir direkt mit mir ja macht das nein okay nicht auch mal an diese idioten von mir untergenockt gerade legal der job doch wüssten wir haben den corrupted dinge ist das war noch blazes und sonst darf ich habe ein was ich hab zwei btf was mit dem jungen los ich hab drei ich bin runtergefallen ich bin nicht runtergefallen ich bin auf die insel gejumpt hat den jump easy geschaffen wurde ich in der luft mit einem pfeil getroffen und dadurch wird mein movement gesetzt können wir mal sagen das musst du ins video nehmen ein paar aus von steam ja klar das wird das wird ein richtig heftiges das wird das wird super heftig ja ich bin tot ich will ja ich bin vor pking getötet kraft ist uns wieder zwei diers äh nicht zwei diers zwei diers schweizer und die bläst mir das ist so langweilig na finde ich ganz gut nee crazy mode das ist eigentlich die richtige lakern auch gift nachdem zwei teams chillig sehr sehr chillig ich hab nichts ich hab sieben die ersten und ich habe ich habe drei jahre ich hab noch ein satz die erste leute kann man hier kann ich ja mann einfach assassine hast du blöcke irgendwas von mir benutzt na irgendein clip von mir da müssen sich die seine zuschaut leider auf ekelhafte ähm noch ein dierschwett ey komm mal komm komm mal warte hier du kriegst auch noch ein zweites dierschwett komm mal wieder den block ab ich gönne das gold blöcke erstmal auf der anderen seite waren glaube ich noch eisenblöcke sogar ich baue direkt erstmal ab ne oh ich hab gewonnen und jetzt dann kriegst du ein gap oh hab lederrüstung ein bisschen soll ich mich bereichern blöcke iike steaks weiter äh ich hab ein bisschen tools wo ist denn so ey wenn du tools brauchst ich hab mal ne picke für dich ja hallo bei mir ist bei mir sind leute bei mir sind Leute ich fight auch grad gegen die leute ich bin bei dir rechts ist der neid auf dem haus sind spieler auf dem haus sind spieler drauf das ist nicht aber glaube ich nicht näher sich nicht der spand es spand er ist so schlecht das sind die langen turm in der mitte wie sehr gestorben ich habe ihn abgeschossen so ein idiot mach mal auto mode an dann werden wir nicht so ich bin garantiert nicht gestorben weil mich ich habe ganz ehrlich ein triple kill gemacht mir dann an dem zombie king gestorben ja ich bin vor pking getötet da da oh lol zwei enderperlen sind gekommen wenn du mir erst auch ein schwert was kann ich pushen eigentlich jetzt mein teammate kürz mich als ich selber lecker ist ein gottverdammter idiot das ist denn tränken das ist ich bin dein teammate gottverdammter was haben wir haben so ein team jetzt hier haben gerade nichts über die brücke zusammen bisschen auf den tag gehen aber ich sehe ich ich laufe hinterher zu tränken von hinten von hinten glaube ich ja sprachausgabe alles ich muss weg sorry okay ich bin ich habe ein halbes herz handwerk voll ist er kommt er kommt sprachausgabe ich bin ich bin runtergefallen weil da keine brücke war ich ja auch ich hätte zwei vielleicht schon noch genommen aber ich habe keine chance ich fliege jetzt ganz ganz langsam außerdem gefällt mir das design von den keystrokes auf dem hundlust der sehr gut ja du brauchst ja auch keine keystrokes eigentlich doch ich finde es eigentlich ich mag das wenn ich sehe was ich tippe ja ich mag keystrokes auch aber man braucht das nicht unbedingt na das ist aber nicht vielleicht macht der dir das schritt direkt wieder naja nein ich habe das falsch er hat mann nein der lol ach ehre mann er hat er hat man hier hat das hier schritt auf oh er hat sich jeder zu viel geben ja er hat sich jeder zu viel geben ja bin bei den gegnern ne äh ich mach kurz essen dann komm ich mit bist du in die mütze gegangen? richtigen mütze oder wo? ah ich seh dich ich komm zu dir ich helfe dir ich unterstütze dich nö tschau hast du essen? ich wollte sie ich wollte nur ein bisschen ich hab jetzt ich bin tot ich wollte eigentlich den typ aus dem hinserhalts angreifen und dann war ich mal ganz gut brain asker und dann wurde ich von ihm angewiesen schon wieder überall gegner bist du tot? nein du bleibst ja oder du wolltest einfach hast nein ich hab aber kein essen ich kann ich kann nicht mehr sprinten ja der hat sich abgeschossen vorhin easy ja gut links 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 voll äh vollkette heißen chatbills der feier ist doch diese feuer werde ich nicht mehr holen sie nutzt ja kein feuer auf dich der ist in lust aber knapp da kommen zwei da kommen zwei die haben beide äh auf dir beide mit dir erschwert das wird ehrenlos für mich das wird ehrenlos für mich das wird ehrenlos für mich aber jetzt ist er alleine du könntest ihn noch holen jetzt ist er alleine sein zimmer jetzt gerade woanders aber nicht so gut lol ja er kennt euch beide ab er wartet wer von euch den fight gewinnen geht dann dazu schlägt er mich ja oder ne er verfolgt dich weiter ne du hast noch ein bisschen abstand du hast noch ein bisschen abstand was ist das da kommen was ist das achten wenn er ist vor achten noch ein bochen ja hut auf er ist fast immer die älter es knäppig Ich hasse Kombos. Man kann keine Kombos machen. Deshalb mag ich 1,16 nicht so gern. Man kann Kombos machen, die sind ja nur sehr, sehr anders. Ja klar kann man Kombos machen, aber selbst wenn man eine Kombo macht, kann er einfach nicht reinlaufen, dann hitet ich den. Ich hab ihn halt so gehittet, aber jetzt hat er halt nicht gehittet, so irgendwie. Also er hat halt keinen Knockback bekommen und so, weil irgendwas nicht richtig war. Dann geht so eine Kombo halt nicht. Das mag ich halt bei 1,16. Also hier ist das irgendwie nur so, auf anderen Server ist das halt nicht. Weil da ist jetzt nur so ein Schild und dann war's das. Hey jetzt ein Schild gehabt, dann wäre das ganz anders aus. Hätten wir beide ein Schild gehabt, dann säßen wir erst 3 Stunden. Äh ne, weil Gritte mit Schild auch auf Top Riff und Damage haben, aber nur 10%. Hätten wir ein Schild gehabt und zwar richtiger 1,16, dann säßen wir eine halbe Stunde. Am besten auch mit Full Netherite und Such. Ja ne, Such ist ja in 1,16. Einfach neuer Spielmodus, einfach Time War nennt sich das. Du hast, ähm, du hast irgendwie ein Holzschwert nur. Beide haben Full Netherite, Prod 4 und, äh, ein, 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 ein. Nein, nein, meine, nein, meine, nein, 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 nein. Geuir ich dir gerade? Ich hab grad 2 Dia schwerter gemacht und nicht meine eigene Dia, die ich glaub ihn trägte, jetzt hätt ich mal eine Diahose übrig. Auf ganzem Stand. Der Dia Schwerter wird jetzt das gescheit. Ja... siege ich! Jaa.... Warte, Ogu... hier kommt eine... ja also siehst du was Wenn du hier Protokoll schon drauf da kriegst du. Ich hab da jetzt eine Splash. So, ansonsten hol ich hier das und dann hol ich mir schon ein Buch finden. Oh, ein Charming Table. Charming Table. Charming Table. Charming Table. Hast du Essen? Ne, ich hol jetzt was. Ah, belastend. Ich werd verfolgt, glaub ich. Oder werd ich verfolgt? Ne. Ja, das sind zwei, die haben richtig krass, das sind Staff. Äh, ich bin in der Mitte, wenn du rauskommst zu mir. Ich hab nämlich noch Poison. Ja, die haben richtig krass, die sind Full Deer, glaub ich. Ne, die sind drei Viertel. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? In der Mitte wird heftig gefetzt gerade, da wird jetzt nicht rein. Bist du das? Ja, du bist da. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Moin. Ja, ich werd verfolgt, Vorsicht. Lauf. Au, shit, da ist noch einer vor uns. Einfach laufen, die haben sich gleich. Ich hab die, glaub ich, gepäufelt. Ey, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Scheiße, na, sorry. Ich leb noch, ich leb noch. Lauf, vor denen ist noch was. Gleich könnte es unschön für die werden, glaub ich, da ist nämlich noch was. Fuck, der ist bei mir, der ist bei mir. Warte, ich glaub ich bin willkommen. Bin ich ein Com, bin ich ein Com, lol? Oh fuck, er ist da, er ist da. Ja, ich sterbe jetzt. Ich lauf, na, hier ist noch einer. Ja, ich hab noch ein Herz. Halbes Herz. Ja, ich komm. Nice. Ich wurde gar gesniped. Ja, zwar, der hat einen viel besseren Stuff als ich. Du hast einen neuen Skin gemacht, ist das ein eigener Skin jetzt mal, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Nice, ich bin da genau vorgegangen. Boah, das ist einfach, das ist einfach Kino. Sekunde, was ich mach, ich mach einen kleinen Kinofilm. Boah, bam. F1 jetzt ist es hier. Epische Szenen. XD Reynolds & Craften. Epische Musik. Oh, was, 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 ne? Nee, das wird ein richtig cinematic-feil hier. Ich hab diese, diese Kino-mäßige Kameradienst genommen. Jetzt hört sich schon meine Zerturs ins TNT, Achtung. Oh, oh, ja. Der hat meinen Hosen an. Der Typ hat meinen Hosen an, glaub ich. Achtung, Boah. Naaahaa. Gatscha. Jo, einfach, einfach Bandenkrieg hier, hä. Digga, jo, was ist denn hier los? Schmeiß mal Päusen ran. Hihihi. Eiditsch. Lässig. Das wird lustig. Das wird sehr, sehr witzig. Oh, Digga, das ist... Ich hab 17. Ich mach jetzt nur ne Kamerafahrt hier mit mir. Achtung, Achtung. Ja, ist weg, ist weg, ist weg. Digga, das sind gar so kinomäßige Aufnahmen. Das musst du dir mal reinziehen. Dieser Rüstung steht da bei deinem Kopf nervt. Zwei dezent, aber dann sieht's dir jetzt für einmal alles aus. Ja, gut, die sind Full-Dia, glaub ich, bald oder so. Die handeln irgendwie Full-Dia und du hast einfach Gold. Imagine, du gewinnst das einfach. Vorne ist einmal Full-Dia. Full-Dia auf dich zu, Full-Dia auf dich zu. Juck nicht, Allah, ich kann sowieso nicht gewinnen. Läuft, läuft. Du kannst erst gewinnen, der läuft weg. Pfff. 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 Er ist so Panic. Jooo, jetzt f... Da bin ich jetzt aber raus. Es fetzen sich drei Full-Dias einfach. Was ist das Ding? Digga, den feint nichts. Ich hab was. Es ist so geil hier zu sehen. Es ist so eine geile Zuzückung. Und das Ding ist, Allah hat voll dir und du einfach so. Die Goldrüstung. Es ist gut, wenn Reynolds gewinnt, kann ich auch sagen, ich hab gewonnen, weil es ist ja in der Team. Kommunismus. Die da vorne ist das Dorf einfach. Wir müssen mal eine Folge probieren. Mach mal eine Entschuldigung. Aber eine Folge müssen wir auf uns irgendwie Out-of-Map bauen können, zu bisschen Dörfern. Wenn die Rüte brauchst du auch. Ach, schadet die.